ja man weiß nicht ja das ist bestimmt der sniper der da wieder aus dem wald raus schießt ja wenn er auf uns schießen kann dürften wir ihn sehen also die bäume tannen unten absuchen bitte das war genau von meinem kopf das war immer noch anderthalb meter von dir entfernt also solltet euch nach möglichkeit auch nicht hinlegen weil wenn ihr euch hinlegt und dort hat euch getroffen gescoutet wird das sofort ein headshot genau wir liegen die ganze zeit das war ja okay dann ich sehe ihm liegen auch nichts nämlich hier wo ich bin so was man ja nur voll idioten und headshot habe ich ganz selten auch wirklich mal passiert ok meistens schon fast das ganze magazin verballert es wird aber ich scheint es nicht sieht ich sehe deine beine wo denn hinter dem rohr beim rohr hatte ich sehe ihn auch ich hab seinen fuß getroffen bei der pipeline oder ja der ist das aber nicht doch ich hab da gerade fußspritze ja das ist aber leichen nein er bewegt sich er bewegt sich ach doch er lebt wirklich nach ich sehe ihn leider nicht also von hier dann nicht zu sehen im moment ne ne der muss direkt vor der hütte sein wahrscheinlich und da die pipeline ganz nah dran bin auch einmal getroffen aber er ist da haben wir ihn jetzt ja ich schon alles dann wir haben wir jetzt sieben elf dreizehn also ich schätze mal so um die drei stück zwei bis drei stück sollten dann noch irgendwo rumhängen 13 haben wir ja 12 oder 13 haben wir jetzt ja die kommen aufpassen nicht dass sie von links wieder durch die beine kommen kommen die auch hier hoch dann weiß ich nicht also wir haben sie zumindest alle unten an den an der baumgrenze beim letzten mal abgefangen ja ich vermute mal da sind noch welche da haben doch keiner wischt oder an der baumgrenze direkt unter uns da hatte ich gerade vier stück oder drei stück ich sehe einen sniper nobody ich glaube dem gebe ich mal nicht schon ja nochmal aber das bin ich gar nicht bin die tanne ach ja stimmt du bist ja die tanne fast unsichtbar ja müsstet beide mal die klippe anschauen ist gar nichts seid ihr schon so weit unten dass die kippe entlang gucken können nein wir sind von euch aus also bei euch auf gleicher höhe ich bin zwei meter neben der oder fünf oder sieben gerade gesehen also rechts von dir jetzt ja ich guck ab und zu mal ein bisschen wegen anderem schusswinkel wollen wir uns den heli schnappen und nach unten fliegen können wir gerne machen dann gehen wir da von der seite machen ja vielleicht können die ja auch die anlocken letztes mal richtung hotel seid wenn sie zum hotel gekommen dann und da kommt man sich natürlich wunderbar wegballern ja ich hätte jetzt also wenn die welche noch da sind werden die richtung in den simpen liegen denke ich mal wenn der richtung hotel fliegt da irgendwo um die terriergebiet die eigentlich auch für euch zu rennen wenn sie da wirklich noch irgendwo hocken zum hotel das extrem weit die erhalten das wort weil ich soll jetzt wieder entscheiden nee ich hatte jetzt überlegt ob wir nicht einfach versuchen nähe des hauses nähe des kleinen hauses einfach runter zu gehen oder rechts davon wo die süpfe sind und kein haus habe ich ein bisschen schiss dazu landen gleich okay kann schnell aus auge gehen auch wenn wir zu 14 haben wir hinter dem hotel geparkt einfach mit dem heli und sind dann nach vorne grob richtung militärgebiet und richtung sümpfen da kamen wir uns entgegen gerannt ja können wir auch machen ich habe jetzt nur so im hinterkopf gehabt sobald wir schießen haben wir natürlich jede menge zombies am popo und das wollte ich vermeiden das ging relativ gut im hotel weil du im hotel selber gesaved bist ja im hotel aber wir sind ja mittlerweile schon weiter das war also näher ran müssen letztes mal haben wir uns direkt ins hotel gestellt sind natürlich später auch riechen müssen davor gegangen in den bäumen und das ging eigentlich ja sonst einfach hinter den hangars also das war vor den hangars runter gehen und dann zwischen den hangars zwei gehen vorne rum zwei gehen hinter rum dann haben wir genau parallel zum berghang und können da eigentlich gut was sehen keine sorge wir stürzen nicht ab naja sagt bescheid hohohohoho mit dem schlutz mal wieder halleluja wir stürzen ab ja ja habt ihr unterwegs irgendwelche bots gesehen ähm nein ja schade was ist ganz genau passiert ganz einfach zu steil nach runter zu schwer gewesen und ja das ding ist wirklich schwer also mit dem car hätte ich das geschafft zu träge gewesen äh hehehe zweite mich kaputt so ähm nobody lass uns ganz nach rechts gehen jo ich komme bist du jetzt schon wieder hin ich bin schon äh zwei meter vor gelaufen auf mich wird geschossen so äh wir beide starten gleich bei metro ja ok schießt du oder ne ne da schießen gerade welche auf mich ich lebe noch ach du lebst noch ich lebe noch ja ich lebe noch ich lieg hier aber ich werde gleich sterben wahrscheinlich ja der pilot überlebt immer echt ja das ist normal der verliert nicht so viel blut ja shit aber da runter kommen wir jetzt auch nicht um dich zu reparieren ne also wir müssen zumindest jetzt einen ziemlich weiten weg gehen weil wir müssen erst in äh zuhöhe der silo äh quatsch der hangars und da runter naja ich glaube da jetzt oben die zwei jetzt gerade nicht aber ich glaube immer noch hinter die Silos äh hinter die hangars ja lebst du noch ja ich lebe gut weißt du wo die Schüsse herkamen vom wahrscheinlich vom berg also geht geht eigentlich nur dass sie unten am hangar stehen da laufen welche im kleinen häuschen oh jetzt bin ich tot und ich bin ohnmächtig ich hab so wenig blut dass ich immer zu jetzt um kippe naja ja ich sehe diese deck am 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 ding an diesen zombie langs am platz sind nur zwei zombies die da rumren also verbunden bin ich ich blute nicht weiter das ist schonmal gut aber ich werde jetzt immer zu ohnmächtig naja gut oder das äh normal bleibt einfach in der höhe des helis in deckung äh wo sollten wir spawnen spawnen im metro dann schnappst du einfach den prager guck dass du dich dass du jetzt nur alles futterst was du hast weil bei dir kommen jetzt in der nähe auch Zombies also ja ich weiß ich futter jetzt auch noch das von Tim hier auch soll ich die Zombies äh platten oder äh mit Mitrovic oder jo genau da ist ein Heli ja kennst du ungefähr die Strecke bis hierher nach Dubobo natürlich mit der Mi fliege ich hier nicht nochmal so hab ich nicht gedacht dass sie so heftig ist sollte ich lieber mit der Mi fliegen das nächste Mal ja ja du wirst schnapp gestürzt nächstes mal fliege ich nicht so steil mit der Mi ja das hatte mich jetzt auch gewundert und du sagtest noch ne wir stürzen nicht ab aber das hätte ich eigentlich bei dem Winkel eh nicht gedacht also dass sie nicht abstürzt ich bin echt davon ausgegangen dass du abstürzt weil ja der Winkel war einfach zu steil viel zu steil äh Sam auf welcher Höhe bist du jetzt gerade? ähm ich bin Höhe des ersten, zweiten Hangars auf dem Stein so ich bin jetzt auch, achso bist du schon unten oder was? nein nein oben noch oben ich bin oben auf dem Stein ok ja da komm ich jetzt gerade hin muss irgendwie mal das gute Stein sein also ich bin jetzt gerade in dieser Stadt wo muss ich dann lang? Wasser zur rechten und dann Hauptstraße entlang Wasser? ok ähm die trinken auch Blut eigentlich? nein äh ah ja da hockt da hockt ein Bot knapp dir das Messer uah scheiße ey so ich bin jetzt dann direkt unter dir unter denen ist in der Aufnahme? ich hab alles in der Aufnahme ja geil das ist cool wir haben ein Video beweist da muss ich mir nochmal ansehen ey das sah bestimmt cool aus inklusive des Spruches äh ich stürz nicht ab das ist was waren jetzt die letzten Worte ja ja was waren das zusammensteigen ähm ähm Norbert hast du einen besseren Sniper als ich an dir du hast auch die DMR ne? ich hab die DMR oder meine M16 die hat zwar gar nicht so einen Sniper aber wahrscheinlich auch nicht besser als die DMR aber nicht so eine Reichweite halt die nur ich glaub ich seh einen aber ich bin mir nicht sicher ok wo ungefähr? ähm direkt ähm wo die Tannen in den normalen Wald übergehen ach da läuft auch einer mitten auf dem freien Feld warte mal scheiße kann ich nicht von dir kann ich nicht ich treff nur den also ich bin jetzt direkt am unteren Feld also bei deinem Felsen geh ich gerade nach oben ja direkt direkt wo die Tannen der Tannenwald in den normalen Wald übergeht ne ich muss mal kurz rumlinsen wo die drei Tannen sind ja da steht einer genau vorne vor weiß halt wie weit ich mich jetzt vorwagen kann mit dem scheiß Felsen hier wo ich jetzt bin ohne irgendwo so aber jetzt muss der mal eben kurz stehen bleiben irritiert tu mich immer noch dass wir die Leute im Haus nicht erwischt haben Tim? ja ruhig landest du denn gleich neben mir? äh ich muss erstmal das Meer finden achso ja aber wenn du da bist lande mal gleich neben mir jo der ist down wieder einer weniger aber ich glaub der gecrashte Heli hier gibt uns ein bisschen Deckung von der Klippe also es schießt wirklich keiner auf mich mehr ja das ist ja hier so eine Stadt und wo muss ich raus gehen um zu Meer zu kommen du musst einfach nur zur Hauptstraße so und wenn du die Hauptstraße hast musst du die Stadt zu deiner Linken sein und dann gehst du die Straße entlang und dann läufst du genau zu unserem Lager ach also ich seh niemanden also den einen hab ich grade eliminiert ok aber den den ich dachte der ist glaube ich nicht ne das ist keiner das ist nur ein Stein ich glaub einfach oh Mission 50% schießt du? also du könntest nicht mehr sein schießt du? nobody schießt du ne ich schieße nicht ok warum bist du beschossen? ich hab grade Schüsse gehört meine ich aber das waren nur zwei mal und äh theoretisch kann das auch dieser Schritt Bug gewesen sein weil man wenn man läuft kann das ab und zu mal wie ein Schritt klingen ah hier bin ich so alternativ könnte ich den Hasen machen dass ich einfach mal zu den Hangars gehe ja das wird nichts bringen weil die werden sich da nicht großartig bewegen die werden nur schießen ja das ist ja schon mal etwas und davon hat gesehen du bist ja auch ein Baum ach ja stimmt dann sieht man dich eh nicht weil hier haben wir die ich vermute mal dass die wirklich unter uns am Hang sind da Richtung ne ja auf jeden Fall also da sind sie auf jeden Fall und hier hab ich definitiv keinen Schuss Schusswinkel wo neben der Hangars sind sie natürlich immer wie in den Zombies halt ne seht ihr noch sonst irgendwo etwas? habt ihr irgendwo Bewegung gesehen? ne ne ich hab wie gesagt einen einzigen noch gesehen der ist aber schon weg die beiden die eigentlich normalerweise noch im großen Haus sein sollten machen wir Sorgen die sind nicht da die werden im Haus wahrscheinlich irgendwo festbacken naja aber die müssen ja auch sterben ja aber da müssen wir dann erst rein sehr ärgerlich wenn es nur die letzten beiden sind die uns noch hier weil so viel kann man nicht mehr haben wir haben jetzt 6,10,12 lass mich da mal einen Schuss drauf setzen warte mal warum kann man nicht alleine Blutkonserve geben das geht mit Skrips in Epoch aber normal geht es das ja nicht ne das ist keiner das ist keiner das ist keiner gucken ja muss dich vielleicht nur kurz beruhigen wo sehe ich dich denn gar nicht du bist auf der rechten Seite vom Heli ne? ja ich seh ihn noch nicht ja dann bis auf der rechten Seite oh da ist ein Zombie du hast rechts von der nur 3 Zombies aber die sind nicht aggro und sobald der Heli kommt wir müssen dich dran parken halten ja also du kannst ihn direkt aufnehmen das ist kein Problem jetzt irritieren natürlich nur die Bewegungen der Zombies dass man meint da wären KI ja das ist jetzt schon aber egal auch da müssen wir durch das Military ist auch keine Bewegung ne Military das ist zu weit da würden die nur hin wenn vorher schon einer rechts gewesen wäre ja genau sonst sehe ich auch nichts so ich würde jetzt gerne in der Höhe sein wo du bist Dennis weil von da aus dann mal so in die du ich kann gar nichts sehen ich sehe alles mit Schwamm was ist es ja ich versuche schon zu gucken aber ich sehe nur die Zombies bewegen ok jetzt habe ich Schüsse gehört das war ich nicht ich habe auch Schüsse gehört ne ne dann schießen sie auf euch nicht auf mich die Zielwasserträgen die treffen mich nicht aber es kam vom Industriegebäude ich bin ohnmächtig jetzt bin ich doch wieder ohnmächtig geworden achso Industriegebäude ich glaube von da kam gerade ein Schuss und ich glaube aber nicht zu mir sondern zu euch und da ist null Bewegung aber die haben auch erst geschossen als Sam glaube ich rechts neben mir war oder ja ich habe ja ganz leid in der Ecke hier mit ein bisschen Bewegung da war nichts erst als du mit da neben gegangen bist guck mal dahin ich bewege mich nochmal also guck mal das große Industriegebäude ne ich denke mal von da kam der Schuss also da habe ich was gehört vielleicht jetzt ein Zombie gleich neben mir so das war jetzt ein Schuss der ist direkt vor mir an die Füße aufgeschlagen ja ich habe es gehört dass irgendwas nahe dran war aber ich sehen konnte da war keine Bewegung was ich sehen konnte vielleicht ist er im Wald bei euch